Heute geht es um eines der größten Sci-Fi-Meisterwerke überhaupt. Denn Nils Villeneuve hat uns dieses Jahr bereits ein weiteres unglaubliches Kinoerlebnis beschert. Warum die zwei Dune-Filme auf jeden Fall in eure Sammlung gehört, das klären wir im Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo liebe Filmfreunde, ich grüße euch ganz herzlich zu einer neuen 4K-Filmkritik. Heute gibt es mal wieder ein Double-Feature, denn ich werde Dune Part 1 und Dune Part 2 in UHD für euch überprüfen und bewerten. Dune ist ein Werk, was für mich lange eher unbekannt war und mit dem ich mich gar nicht so auskannte. Nach den zwei Filmen von Villeneuve muss ich aber sagen, dass ich mehr und mehr in diese Welt reingezogen wurde und ich viel Freude an der Story hatte. Es ist wahrhaftig ein unglaubliches und weites Universum und erzählt uns eine spannende Geschichte mit vielen Familienhäusern und Intrigen. Also fast schon Shakespeare in Space. Gepaart mit großen Bildern, einer wunderbaren Filmmusik von Hans Zimmer und einer Kameraarbeit, die beeindruckender und schöner nicht sein könnte, ist Dune ein filmisches Meisterwerk unserer Zeit. Die Filme sahen schon im Kino beeindruckend gut aus und somit wollte ich natürlich wissen, was die Heimkino-Auswertung so zu bieten hat. Wenn wir uns die Bildqualität der beiden Dune-Filme ansehen, dann schauen wir uns das Ausgangsmaterial mal genauer an. Starten wir mit Part 1. Der erste Film wurde komplett digital in 4,5K gedreht und davon wurde dann an 4K-DI erstellt, sodass man eine native UHD-Auflösung bekommt. Jetzt ging Villeneuve noch einen Schritt weiter, denn der gesamte Film wurde dann auf analoges Material gedruckt und davon wurde dann wieder ein hochauflösender Scan gemacht. Aus dem Grund gesellt sich zu dem Bild noch ein ganz feines und homogenes Filmkorn dazu. Ich finde, man merkt auch, dass wir einen klassischen Filmlook erhalten, der aber nicht billig einfach digital in der Post-Production hinzugefügt wurde, sondern durch den aufwendigen Prozess bekommen wir halt ein echtes Filmkorn. Und das sieht man auch sehr oft im Film. Hier und da wuselt es, aber nie so extrem, dass es unangenehm stört. Die Körnung ist zu jeder Zeit gut strukturiert und hochauflösend. Sie haben es sehr gut geschafft, es fürs Bild ausgezeichnet zu kontrollieren und es gleichzeitig authentisch wirken zu lassen. Für Cineasten bedeutet das, wir bekommen ein modernes und sehr scharfes Bild und gleichzeitig ein wunderbares Filmkorn. Ich bin Denise Villeneuve dafür sehr dankbar, denn das Bild von Dune ist wundervoll und schön und ist irgendwo eine Hommage an alte Klassiker wie Lawrence von Arabien. Der Detailreichtum in Gesichtern sowie in den Kostümen ist in Dune ausgezeichnet und auch durch die Kameraeinstellung entsteht immer wieder ein gutes Gefühl von Tiefe und Distanz. Das zeigt sich ganz klar auf der 4K-Scheibe. Das Bild ist in diesem Punkt fantastisch. Es gibt also an dem Look und der Schärfe nichts auszusetzen. Im Bereich Farben erhalten wir HDR10 und Dolby Vision in Rack 2020. Auch hier profitiert das Bild noch mal mehr von dem erweiterten Farbraum, denn die bessere Dynamik und Abstufung unterstützen noch mal mehr dieses Gefühl von Tiefe. Auch die Nuancen der unterschiedlichen warmen Farbtöne der Wüste auf Arrakis liefern ein sehr stimmiges Bild ab. Die 1080p Blu-Ray hatte gerade in den Szenen bei Tageslicht große Schwierigkeiten da mitzuhalten. Viele Highlights waren zu scharf und überstrahlten deutlich. Teilweise konnte ich in manchen Szenen die Hintergründe nicht mehr gut erkennen. Jetzt ist Dune kein farbenfroher Streifen, denn die Filme zeigen uns eher gedeckte Farben und es wirkt eher entsättigt. Aber wie der Farbraum dann in UHD daherkommt, ist großartig. Alles wirkt satter und abgestimmter. Ein visuelles Highlight dürften sicherlich die blauen Augen der Fremen darstellen, welche sehr schön und kräftig herausgearbeitet werden. Ansonsten sind die Schwarzwerte ausgezeichnet und tief. Es gab nie etwas, was irgendwie versumpfte. Auch der Kontrast ist und bleibt ausgezeichnet. Wie sieht es denn jetzt mit Part 2 aus? Eigentlich fast identisch. Alle genannten Details lassen sich auch für die Fortsetzung sagen. Jedoch wurden manche Szenen sogar in 6K gedreht und das digitale Material wurde dann noch auf 70mm gedruckt. Man ging also für die Fortsetzung eine Stufe weiter. Ich denke für Dune Part 2 stand noch mehr Budget zur Verfügung und so konnte Villeneuve mehr Qualität rausholen. Ihr könnt es euch sicherlich denken, Dune Part 1 und 2 sehen im UHD-Format unglaublich gut aus und sind vom Bild her ganz klar erstklassig geworden. In Part 2 würde ich sagen, dass es sogar noch ein paar mehr Szenen gab, in denen wir noch mehr wärmere Farbtöne erhalten haben. Sei es durch die untergehende Sonne oder auch durch Feuerflammen. Allein die Anfangsszene sieht in UHD mit Dolby Vision perfekt aus. Wie man es dreht und wendet, im Bereich Farben habe ich nichts auszusetzen. Ja, es gibt einen Kritikpunkt am Bild und das sind die fehlenden IMAX-Szenen. Es wurden bestimmte Szenen in IMAX-Format gedreht und keine der beiden UHD-Blu-Rays zeigen diese Momente im originalen IMAX-Format. Natürlich ist es ein wenig ärgerlich, dass es uns verwehrt bleibt, allerdings ist es kein großes Manko für mich. Kommen wir zu den Beispielen und ich werde euch zunächst von Part 1 zwei Beispiele zeigen und danach noch zwei Beispiele von Part 2. Im ersten Ficker-Screenshot von Dune Part 1 könnt ihr Chani, gespielt von Zendaya, sehen. Natürlich fallen uns sofort ihre leuchtenden blauen Augen auf und auch insgesamt zeigt ihre Kleidung mehr Dynamik und Tiefe und mehr Abstufung im Farbraum. Die Schärfe ist gut und so können wir die Naht an ihrer Kopfbedeckung besser ausmachen. Insgesamt wirkt das Filmkorn angenehmer strukturiert. Im Vergleich nun die 1080p-Disc. Hier verliert das SDR-Bild an Leuchtkraft und so manche Farben wirken verraschender. Auch der gute Kontrast fehlt ganz klar und so ist das Sonnenlicht in ihrem Gesicht nicht mehr richtig auszumachen. Die Details an ihrer Kleidung wie die Nähte wirken in diesem Beispiel etwas weicher. Im direkten Vergleich fällt es sicherlich nochmal genauer auf. Achtet auf Chani selbst, ihre Augen, ihre Kleidung sowie den Kontrast. Alles sieht im UHD-Bild schärfer, kontrastreicher und insgesamt satter aus. Die Full-HD-Scheibe kann da nicht mithalten und verliert an Brillanz. Im zweiten Ficker-Screenshot könnt ihr einen abgestürzten Ornithopter in der Wüste auf Arrakis sehen. Das UHD-Bild zeigt uns eine wunderbare Schärfe und die Körnung ist leicht erkennbar. Vor allem holt hier der erweiterte Farbraum viel Dynamik und Durchzeichnung heraus. So trennen sich einzelne Gegenstände besser voneinander ab. Auch die Berge im Hintergrund sind noch immer erkennbar. Im Vergleich nun die 1080p Blu-Ray. Sofort sieht man, wie sehr die hellen Flächen im Bild überstrahlen. So kann man den weißen Rauch nur noch erahnen und die Berge verschwinden fast ganz in der Ferne. Auch die Wüste verliert deutlich an Farbe und sieht sehr verwaschen aus. Das UHD-Bild ist eindeutig vorzuziehen. Nun kommen wir gleich zu Dune Part 2 und auch hier zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Im ersten Ficker-Screenshot könnt ihr den Hacon Fade Rauta, gespielt von Austin Butler, in der Arena sehen. Die Szene kommt in einem schwarz-weißen Look daher und sieht ästhetisch sehr schön aus. Das UHD-Bild zeigt uns eine hervorragende Dynamik. Allein der Kontrast holt hier so viel mehr Tiefe raus. Auch die Abstufungen innerhalb des Bildes wirken viel ansprechender. Die Schärfe ist sehr gut geworden und so lassen sich manche Details an seiner Rüstung besser ausmachen. Im Vergleich nun die 1080p Blu-Ray. Ich denke, man sieht, was hier alles fehlt. Der Kontrast sowie die Abstufung zwischen den Grautönen fehlen einfach. Das Full-HD-Bild sieht flacher aus und auch die Struktur des Filmkorns wirkt etwas gröber. Die Schärfe verliert an Details und lässt so manche Linie weicher wirken. Im direkten Vergleich fällt es sicherlich nochmal auf. Achtet auf sein Gesicht, den Kontrast, die Nuancen im Farbraum sowie die Details an seiner Rüstung. Das 4K-Bild sieht stimmiger, ansprechender und insgesamt cineastischer aus. Man merkt einfach, dass man hier die richtige Version von Dune sehen kann. Im zweiten 4K-Screenshot könnt ihr Paul Atreides gegen Ende des Films sehen. Er hat soeben einen wichtigen Sieg errungen. Und auch hier sehen wir mal wieder das bessere Encoding. Die Körnung wirkt angenehmer. Das Dolby Vision holt auch in diesem Beispiel mehr Brillanz und mehr Dynamik heraus. Sein Hautton wirkt stimmiger und das Sonnenlicht wird kräftiger abgebildet. Im Vergleich nun die 1080p Blu-Ray. Mal wieder verlieren wir Leuchtkraft und Dynamik im Bild. Das Licht der Abendsonne ist auch hier schwächer. Das Filmkorn wirkt etwas gröber und Details sehen nicht mehr so knackig aus. Zusammenfassend kann ich festhalten, dass Dune Part 1 und 2 ein Augenschmaus in UHD sind. Das 4K-Mastering für beide Filme sehen in puncto Schärfe und Farben großartig aus. Das Bild der 1080p Blu-Ray ist per se nicht schlecht, aber es kommt an ihre Grenzen. Vor allem in den Szenen bei Tageslicht hat das Full-HD-Bild mit SDR ganz schön zu kämpfen und auch das schlechtere Encoding lässt das Filmkorn nicht mehr so fein und gut strukturiert aussehen. Die UHD-Scheiben sind einfach besser. Jetzt fehlen wie gesagt die IMAX-Szenen, aber das tut das Filmerlebnis nicht wirklich. Dune ist ein Genuss fürs Heimkino und ich gebe beiden Streifen fürs VK-Bild 10 von 10 möglichen Punkten. Ich hatte meine Freude daran und es werden sicherlich Filme sein, die ich immer wieder und immer wieder gerne in den Player einlegen werde. Ganz klare Empfehlung von mir. Bevor wir weitermachen, nochmal die Erinnerung an euch. Wenn euch dieses Video gefällt und ihr gerne mehr solche Inhalte sehen wollt, dann folgt mir gerne und abonniert den Kanal. Teilt es auch gerne mit Freunden und Bekannten und aktiviert die Glocke. Somit verpasst ihr dann keine Videos mehr von mir. Kommen wir nun zum Ton. Hier gibt es für beide Filme in Englisch sowie in Deutsch jeweils einen Dolby-Athmus-Ton. Diese Tonspuren sind auf beiden Disc-Formaten zu finden. Was kann ich euch sagen, der Atmuston bereitet einem viel Freude und sorgten so manchen Szenen für große und brachiale Klanglandschaften. Ob die Filmmusik von Hans Zimmer, die Stimmen der Bände Jesserit oder das Flüstern von Stimmen in Pauls Visionen oder einfach wenn es zu Kämpfen kommt, es wurde unglaublich gut vertont und dürfte für Heimkino-Enthusiasten eine wahre Freunde sein. Vor allem wenn dann die großen Sandwürmer auftauchen, wird es brachial. Bass, Rear-Speaker oder einfach die Deckenlautsprecher. Alles wird immer wieder gut angespielt. Es klingt in beiden Teilen einfach nur Wahnsinn. Auch die Stimmen wurden unglaublich gut abgemischt und man kann zu jeder Zeit alles gut und glasklar verstehen. Ich habe hier für meinen Geschmack nichts am Dolby-Athmus-Ton auszusetzen. Das könnte man vielleicht kritisch anmerken, dass die Filme gelegentlich leise Stellen besitzen, aber auch das gehört zur jeweiligen Szene dazu. Es ist gut, dass Villeneuve tontechnisch ein paar Pausen eingebaut hat, sodass die anderen Szenen umso besser wirken. Den Ton deswegen schlechter zu bewerten, finde ich daher Quatsch. Ja, man hätte die 3D-Lautsprecher auch noch mehr nutzen können und so weiter und so fort. Aber irgendwie ist das auch Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Ich gebe hier beiden Teilen wohlverdiente 10 von 10 möglichen Punkten. Ich wurde voll und ganz in die Geschichte und in die Welt von Dune eingezogen. Es hat mich nichts gestört oder abgelenkt und machte einfach viel Spaß. Dune Part 1 und 2 ist im Bereich Ton einfach ein wahrer Genuss. Ich glaube, zu den Dune-Filmen von Villeneuve muss ich gar nicht so viel mehr sagen. Es sind optisch gesehen tolle Sci-Fi-Meisterwerke und dürften für Fans der Bücher und Neulinge großartige Unterhaltung liefern. Hier stimmt einfach alles. Musik, Sounddesign, Kamera, Farbpalette und so weiter. Alles wurde erstklassig aufeinander abgestimmt. Dies zeigt sich ganz klar in der 4K-UHD-Auswertung fürs Heimkino wieder. Natürlich könnte man darüber streiten, ob nicht die IMAX-Formate auch ihren Weg auf die Scheiben hätten finden sollen. Aber technisch gesehen sind die Filme fürs UHD-Format absolut grandios gemastert worden. Ich gebe Dune Part 1 und 2 eine Gesamtwertung von 10 von 10 möglichen Punkten. Die 1080 Blu-Rays sehen auch sehr gut aus und liefern ein tolles Bild ab. Jedoch geraten sie in Bezug der Highlights ganz klar an ihre Grenzen. Auch die Schwarzwerte werden nicht so satt und tief abgebildet, wie es ein HDR halt kann. Meine Empfehlung an euch alle, wenn ihr das Beste rausholen möchtet und ihr Fans seid, dann greift zur 4K-Scheibe. Es macht einfach mehr Spaß. Jetzt seid ihr wieder gefragt, wie fällt eure Meinung zu den Dune-Filmen aus? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr noch mehr Videos zur 4K-Veröffentlichung sehen möchtet, dann klickt gerne auf eines dieser Videos hier oder geht direkt auf meinen Kanal. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht es gut und bleibt gesund, euer Diss Fürster.